So, liebe Freunde, hier ist euer Peter Wackel, jetzt noch im Oberbayern. Schaut mal, Marc ist hier dabei. Ich bin gerade den Flyer von Bühnensdorf in die Hand gedrückt und am 2. September sehen wir uns live hier vor Ort. Da müsst ihr unbedingt dabei sein und deswegen alle Hinspringen mit aus Mallorca direkt nach Bühnensdorf. Und ihr seht mal, das Oberbayern im Hintergrund schön voll und so wird das in Bühnensdorf genauso. Viel Spaß, euer Peter Wackel!